Hallo, liebe Deutschlernende! Ich möchte mit euch heute über Morgenroutinen sprechen. Ich möchte wissen, was machst du jeden Morgen? Ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, sehr viel experimentiert, um herauszufinden, was für mich am effektivsten ist, was für mich am besten ist, wenn ich das jeden Morgen mache. Und dazu zählt unter anderem, ein bisschen etwas zu schreiben für mich und dazu zählt auch, jeden Morgen einen Tee zu trinken, jeden Morgen einen Apfel zu essen und auch jeden Morgen so schnell wie möglich anzufangen zu arbeiten, damit ich nicht die wichtigsten Dinge, die ich erledigen möchte, dass ich die nicht zu lange vor mir herschiebe. Und dann ist es auch sehr wichtig für mich, dass ich relativ bald am Morgen Italienisch lerne. Und das kann ich dir auch empfehlen, eine Morgenroutine zu haben, bei der Deutsch lernen ein Teil ist. Also wenn du morgens Deutsch lernst, dann kannst du es nicht später vergessen am Tag, wenn sehr viel Stress ist an dem Tag, dann kannst du nicht vergessen, Deutsch zu lernen und du weißt, du lernst jeden Morgen Deutsch. Ich weiß, manche Leute möchten es gerne anders machen und das ist auch okay. Also für bestimmte Leute ist es sehr hilfreich, wenn sie jeden Morgen Deutsch lernen und andere lernen anders Deutsch, indem sie immer schauen, okay, was möchte ich gerade machen? Möchte ich vielleicht ein Buch lesen auf Deutsch oder möchte ich vielleicht ein Hörbuch hören oder was möchte ich machen? Und das ist auch eine gute Methode, wenn man wirklich... Also das hilft, glaube ich, auch sehr mit Spaß dabei zu bleiben, wenn man sich jedes Mal fragt, okay, möchte ich gerade Deutsch lernen? Und man merkt dann auch sehr schnell, wenn es einem nicht gefällt und dann kann man sehr schnell auch herausfinden, woran liegt das, dass mit Deutsch lernen gerade nicht viel Spaß macht. Aber zurück zu den Morgenroutinen. Also meine Morgenroutine ist wie beschrieben. Ich trinke Tee, ich esse einen Apfel oder eine Birne, ich schreibe ein bisschen was für mich, ich arbeite und ich lerne Italienisch und dann mache ich Sport. und das ist meine Morgenroutine und mich würde sehr interessieren, was deine Morgenroutine ist. Was machst du jeden Morgen? Denn ich experimentiere, wie gesagt, sehr viel damit, wie ich eine bessere Morgenroutine habe und ich denke, so eine Diskussion oder eine Unterhaltung über wirksame Morgenroutinen können sehr hilfreich sein, weil man dann auch selber ein bisschen nachdenkt, okay, was kann ich verbessern in meiner Morgenroutine. Deswegen wollte ich das vorschlagen als Thema und ich bin sehr gespannt, wie deine Morgenroutine ist. Schreib mir das unten in die Kommentare und ich bin gespannt, wie du so… was du so am Morgen machst, okay? Das war's für heute und bis morgen. Tschüss! Sonne